Okay, dann gehe ich nach oben. Feuer Plasma. Und du unten Cannons? Cannons, jawoll. Cannons! Cannons! Jo! Oh, sie spielen schon wieder Feuervogel. Aber das wissen wir jetzt. Das heißt, wir können einen Gunner platzieren. Einen Safety Gunner platzieren. Einen Safety Gunner? Wie ein Safety Car? Ich verkaufe ihn einfach nicht. Der geht nicht auf bei Mörsern. Ja, gut. Kommt weg. Danke. Ich habe doch Augen auf, habe ich gesagt. Ja, ja. Und Game Sense. Das muss man noch hinzufügen. Und Game Sense, ja. Muss man noch nachentieren. Jetzt muss ich nur noch Snowballen. Jetzt muss ich nur noch Snowballen. Ach, Mann, du. Und ich meine nicht den Map-Ersteller. Lol. Props an jeden, der den gegettet hat. Ich habe den gegettet. Du bist Props. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Ich habe das Gefühl, dass Nini oben ist. Wo place ich denn dann meinen Gunner hin am besten? Ich gehe aber erst TSA, oder? Da kommen einige Sniper. Echt? Oh, nö. Schon wieder. Gehe ich erstmal von aus. Ja, teste mal rein, ne? Bisschen höher. Danke. Ja, sehr schön, sehr schön. Ich würde Second Top als nächstes machen. Die verbarrikadiert sich gerade. Kann ich nicht. Okay. Bin nicht eingeämmt. Ja, der ist safe. Und Top Base ist, oh mein Gott. Wer ist denn Top Base? Oh, ich habe alle drei bekommen. Kann das sein? Das kann eigentlich sein, ja. Okay. Bottom hat nicht Replace. Der hat da Stahl. Oh, ne. Bottom habe ich gar nicht geguckt. Das war gar nicht Bottom. So, ich baue den Sniper dann mal wieder ab. Hast du einen Hüxen getan? Kannst du mir sagen, warum das Device.Sniper steht? Wird das jetzt immer mit... Ja, das ist... Ne, ist buggy. Okay. Manchmal ist es normal, manchmal... Also es ist wirklich buggy. Wie so ein Kinderwagen. Ja, jetzt geht es aber los mit dem Vergleich. Ich habe nicht angefangen. Aber ich werde es beenden. Okay. Noch wilder Rackorn. Einfach mal irgendwelche Filmzitate droppen, ne? Mhm. Man kennt es. Man kennt ihn. Nein. Du hast doch gerade angezeigt, dass es geht. Du hast doch gerade angezeigt, dass es geht. Wird ich verkaufen? Danke. Nein. Nein. Ich hoffe zu wackeln fort. Oh, der Gamble. Schwammraketen. 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 Von wem? Ich weiß nicht, aber ich habe es gelesen. Ich werde dann gucken, auf welchen Chor du guckst. Äh, ja, warte. Muss ich kurz defensiv bauen. Boah, dann gibt es Schwammraketen. Gerne geschehen. Ne, Second Top auch. Second Top? Da ist zumindest mein Spion drauf eingespielt. Nein, nie im Leben. Second Top hat er überall mies. Ja, aber da ist mein Spion drauf eingestellt. Dann wären die Phantom. Ja, das wären sie ja nicht. Ne, das kann nicht sein. Aber, dann ist, dann sehe ich die, die Calls vom Feuermörser. Oder, da hat jemand in seiner Basis die gebaut. Ich werde gemaltet. Boah, ey. Oh mein Gott, jetzt wollen sie es wissen, Alter. Ja. Ja, das ist gar nicht geil. Das ist leider eine Menge Schaden für mich. Und das würde ich jetzt hier fast killen. Ja, lass dich mal nicht killen. Ich habe jetzt ein paar Gunner gebaut, aber... Beide Windturbinen verloren, cool. Oh, da kommen ja noch mehr Feuermörser. Das ist so... Ich drück mal T, damit wir die Ressourcen kriegen. Ja, das sind offene Mörser. Oben hat eine Basse. Und hat auf Nuke abgeraided. Oh mein Gott, da habe ich mich erschrocken. Zwar Asker. Zwei Mörser habe ich. Okay, nice. Ich habe jetzt gleich Gunner. Okay, sehr gut. Ich hole Pink Attack. Einfach Safety. Ich habe jetzt nur eine Kanone. Safety ist immer wichtig, liebe Kinder. Genau. Sonst kommt sowas wie Steffen bei... Ja, ich war's. Sowohl bei Schusswaffen wie auch bei der Liebe. Oder das war ein bisschen hoch? Achtung, es kommt Nuke. Oder beziehungsweise Swamps. Okay, waren nur Swamps. Okay. Ich muss kurz ganz viel Metall ein bisschen. Ah, hier war das teuer. Das hilft ja alles nichts. Da weggesägt zu werden, weil es zu teuer. Ich verliere jetzt meine Ganna. Ich habe jetzt einfach gerade gebaut. Okay cool. Das ist natürlich cool. Ja. Ja, ich kann keine Ganna mehr bauen. Ich habe keine Energy-Production, merke ich jetzt gerade erst. Ich habe Feuerplasma. Ja. Boah. Wie kill ich's denn damit? Das ist auf alle schwierig. Da ist eine offene Cannon. Ich habe gar nichts. Ich hole mir Sniper, aber... I don't care. Jo, Cannon ist raus. Nice. Wird auch ein 20er gewesen sein. Da kommen jetzt zwei Swamps. Ne, eines davon ist ein Nuke. Ja, dann ist okay, weil... Oh mein Gott. Ich habe den Sniper. Nice. Wichtig. Shit. Wo ist unser Aktiv eigentlich? Die können noch öfter kommen. Weil die kommen, wenn wir mal Schaden kriegen. Irgendwas habe ich da getroffen. Smoke Launcher oder so. Da, wo du gerade reingelasert hast. Da habe ich hinterher geschossen. Oh, sehr nice. Der kann auch mal weg. Ich hole mal noch eine Flak. Ey, wir haben gleich eine Aktive. Das wäre nice, ja. Mann. Muss ich erst reipläsen, sonst weiß ich nicht wie die. Ich kriege jetzt wieder Nukes auf dem Deckel. Okay, haben wir aber. Nice. Ich kriege den nicht tiefer. Warum kriege ich den nicht tiefer? Also, Bottom Base hat nur eine Nuke. Second Bottom hat eine 20er. Da rüber kommt Second Top mit Feuer Plasma. Und ganz oben ist ein Magna. Also, da kommt gleich 20er mit Magna Support. Aiming. Äh, wir müssen den Feuer Plasma rausnehmen. Hast du irgendwas? Ich habe gar nichts. Hast du keine Waffen? Ich habe einen Ganner. Stabil. Zwei Ganner habe ich actually. Das macht den Unterschied. Ich brauche mehr Wind, tatsächlich. Ja, ja. Wir brauchen jetzt mal Aufladen, ne? Wupala. Komm schon. Komm schon. So. Ich bin gerade hin- und hergerissen, was ich bauen soll. Oh, das war. Aber 10 von St. Klaus. Er hat Navy Sniper. Ich werde nicht mehr. Oh no. Jetzt geht der da hin. Ich weiß es nicht. Ich verliere all meine Gunner, weil die jetzt... Oh mein Gott. Das geht gar nicht gut aus. Bruder. Dann bau erstmal ein bisschen Wood Spam und dann einen Gunner. Ich habe ja selber auch ein paar Gunner. Ich brauche dir noch ein paar. Und bau erstmal da Wood Spam. Ja, werde ich. Aha. Ich habe den Magna. Sehr nice. Ich habe den Plasma. Geil. Sehr geil. Ich drücke mal Aktive. Da ist hinter einer Tür nur das Zwanziger. Im Grunde haben die nur zwei Feuerlaser, die Nukes halt und einen Zwanziger. So viel ist das gar nicht. Wieder erschreckt, wenn diese Strebe bricht. Wollen wir jetzt eine Nuke? Ja, die covern die ein bisschen ab. Boah, aber was habe ich denn noch bekommen? Ah, sagst du, Näppjes. Ja. Oh, ich verliere fast meine Kanone. Mach mal nicht. Ja. Ich probiere es. Warum? Warum habe ich das denn jetzt verloren? Ja. Haben die viele Gunner? Sonst gehe ich Haui. Weiß ich nicht. Nicht so viele. Dann gehe ich Haui. Ich habe auch Feuerlaser, um das zu covern. Hab ich die eingezogen? Ja, die kann man das jetzt halt mit Firebeams, ne? Ja. Der hat's a lot of damage. Alter, was war das denn? Hab ich fast gekillt. Ah, ich nehme jetzt mal oben ein paar Laser raus. Ich versuche jetzt einen Haui hervorzubringen. Achtung. Kommt der Nuke jetzt? Das sind bisher nur Swarms. Jetzt kommt die Nuke. Nice. Oh mein Gott. Wir müssen gleich mal gezielt auf einen Gegner gehen. Dass wir jemanden killen können. Nein, du dumme Tür, du. Ach komm schon. Ich habe keinen Aimman gerade. Wird er gepaintet? Ja, warte, wenn du ihn verloren. Wenn die durchkommt, bin ich tot. Ich habe die angezündet. Ich weiß nicht, ob die dann irgendwie irgendwann drauf geht. Die dauert zu lange. Aber die wurde angehittet zum Glück. Aber ich kriege jetzt zu viel auf den Sack hier. Ach nein, das war ein Millimeter. Äh, unten mal drauf snipen. Ich muss halt mehr Anti ins Spiel bringen. Sonst komme ich hier nicht raus aus dem Struggle. Oh mein Gott, alles brennt. Oh mein Gott. No, 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 no. Oh mein Gott. Meine Güte, du. Ich brauche dringend aktive. Für Ressourcen. Ich habe einen Zwanziger. Mhm. Jetzt ist der zu hoch. Ich fasse es nicht, Salz. Ich fasse es nicht. Ich hoffe, an meiner Flagge geht es noch gut. Ja, aber wenn unten keine Windgebienen hat, ist der eigentlich relativ weak. Das stimmt allerdings. Gleiches gilt für mich. 276, aber sollte ich das leisten können. What? Nein, lass das annehmen, bitte. Wir auch, wir auch, wir auch, wir auch. Oh mein Gott, please. Jo. Pass mal aus. Nice. Schieß mal Haui. Okay. Okay, wir haben keinen Anteil. Oh, der geht doch nicht jetzt genau da in die Lücke, oder? Mein Gott. Nein! Oh mein Gott, der wäre perfekt gekommen. Gut, hat gereicht. Oh mein Gott, ja, sehr schön. Dann ist ja alles gut. Boah, der Struggle, ne? Unnormal. Da ist ein Schild offen. Wo? Beim unteren? Ne, ist es in der Mitte. Oh, never mal. Zero damage, zero damage im Prinzip. Den krieg ich noch. Den krieg ich noch. Beim, wenn da ist ein Schild offen. Oh, viel zu hoch. Oh, nevermind. Ähm. Ich versuch's nochmal zu treffen. Ja, ich hab grad keinen Plasma. Ja, vielleicht hat er es noch nicht nachgezogen. Ja, hab drei Wintermine bekommen. Nice. Paint, Achtung, Paint. Äh, äh. Ich halt die Flak, ich halt die Flak. Okay, haben wir's, haben wir. Ich hab wirklich ein paar Gunner, ne? Also so ist nicht. Okay, haben wir's, haben wir. Ja. Oh, nice. Okay. Very, very nice. Das war ja perfekt. Boah, das war aber wieder ein haariges Match. Haariges Match, du. Aber sowas von. Oh, oh. Gagsammit, um palavrahn Daybode. Ow, my bad. Oh mein Gott. Oh, no. Nein, die Arme. War ich unten, Franzi? Nee, Leon. Oh mein Gott, Leon war unten. Franzi spielt gar nicht mit. Franzi, ja. Nini, meine Güte. GG an der Stelle. Mach ein Kill. Nee, 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 nee. Na ja, Replay wird zeigen. Replay wird gar nichts zeigen. Replay wird zeigen. Und? GG. Reingehau ihn. Das war schon wieder viel zu stressig, ey. Holy shit. GG. GG. Leider keine Nukes durchbekommen. Doch einer. Nee, zwei, glaub ich. Das war aber echt krass. Ich hab leider meine Upgrade-Tag am Anfang vergessen. Dadurch kam meine Nukes super spät. Aber es hat wieder so, dass du quasi dachtest, dass wir verlieren. Also, Franzi hat halt 20 Minuten nur getankt am Anfang. Ja, die Mörser-Swarm ist jetzt am Anfang, waren fies, oder? Ja, Firebird mal wieder, ne? Ja, ja. Also, Feuerfug ist richtig mies im 2 gegen 4. Ja. Da brennt die Bude. Ich mal wiederodi. Nein, ich mate. Da noch nichts hat. Das war alles. ½ projets ha ate. Das war alles, das grease. Da noch etwas, was einfach hier. Ich lege. SME-Sch1. Da". In. Both. Vielen Dank.